Deutsche Sportpferd, hier kommt der Rhein, groß aufgemacht vom Lloyd George Exorbitant Akkord, die 83. Bezogen bei Alois Eder in Weibhausen auf einer süddeutschen DSP-Fohlenauktion, entdeckt vom Hause Spree. Hier im Besitz des Gestüts Spree in Löningen-Benzdruck, der groß aufgemachte so typvolle Schimmel vom Lloyd George, der hier im Übrigen auch hier in München gekürt wurde. Exorbitant Akkord 2, Caletto 1. Dieser nachkommende Lloyd George, ein wirklich strahlender Hengst und ich sprach gerade davon, dass wir in der Springpferdezucht oft einen Mangel an Typ haben. Dieser Hengst hier wird das ausgleichen können. Eine herrliche Mischung aus seinen Vollblutanteilen und den besten Springgenen der bundesdeutschen Zucht. Dieser wunderbar locker übers Knie gehende, mit herrlichem Körper ausgestattete Schimmel, großrahmig, trotzdem mit Blut, zeigte sich ruhig und überlegt. Er war hellwach, wenn er seine Aufgabe absolvieren sollte und Sekunden danach schon wieder locker und entspannt und von Sprung zu Sprung sich hineinsteigernd bis zum Optimum. Wir gratulieren dem Züchter, Herrn Alois Eder aus Weibhausen und dem Aufzüchter, der mit Kennerblick auf der DSP-Auktion sich dieses Fohlen hier sicherte. Herr Spree, herzlichen Glückwunsch. Siegerhengst, Springen 2017, ja, exzellent herausgebracht und vorgestellt und feiern wollen wir ihn nun im Drabe. Auf geht's und Sie feiern in München, legt los! Outro